Zehn Dinge, die Deutsche einfach nicht können. Welche zehn Dinge das sind, erfährst du nach dem Intro ganz, ganz viel Spaß. Moinsen, hier ist Ilja. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Veränderungen machen ist das Motto hier und seit über 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Wesen von Veränderung. Was lässt Menschen wie ticken? Warum sind sie, wie sie sind? Und vor allem, wo sind die kulturellen Unterschiede? Und tatsächlich sind wir, in Anführungsstrichen, wir Deutschen schon sehr, sehr speziell. Denn wir haben ganz, ganz oft diese berühmten Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert niemals und das muss alles seine Ordnung haben. Und weil das so ist, möchte ich dir heute zehn Dinge vorstellen, die Deutsche ganz einfach nicht können. Schon mal vorweg, Nummer sechs ist mein absoluter Favorit. Bin sehr, sehr gespannt, welcher deiner ist. Und natürlich vorweg gesagt, es handelt sich selbstverständlich um Stereotypen, um Vorurteile. Aber wie das immer so ist, an den meisten Vorurteilen, an den meisten Stereotypen ist ja immer so ein bisschen was dran. Und möglicherweise erkennst du dich ja selber in dem einen oder anderen Beispiel auch wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wollen wir loslegen? Dann kommen sie hier. Die zehn Dinge, die Deutsche einfach nicht können. Erstens, sich an den Pool im Hotel zu legen, ohne schon drei Stunden vorher die Liege mit dem Handtuch reserviert zu haben. Tja, und wer schon einmal auf Mallorca, Gran Canaria oder Ibiza im Urlaub war, der weiß, wovon ich spreche. Wenn man morgens um sechs ganz gemütlich vor dem Frühstück am Pool entlang spaziert, da sieht man es. Handtuch nach Handtuch nach Handtuch nach Handtuch nach Handtuch. Alles sorgfältig auf den Liegen reserviert. Die, und das ist ganz, ganz wichtig, man allerdings frühestens um elf Uhr wirklich in Anspruch nimmt. Zweitens, ein Leben ohne Gesetze, Verbote und Regularien zu führen. Und ist es nicht so? Es gibt in Deutschland wirklich nichts, was nicht irgendwie durch eine Verordnung, ein Gesetz oder irgendetwas reguliert, bestimmt oder verboten ist. Die Höhe von Hecken im Garten, der Krümmungsgrad von Gurken oder die Füllmenge von Kondomen. In Deutschland ist wirklich alles durch eine Verordnung geregelt, wenn, das ist das große Wenn, es nicht irgendwo schon durch ein Gesetz verboten ist. 3. Auf das geliebte Faxgerät zu verzichten Ja, das Faxgerät ist das Heiligtum der Deutschen, insbesondere der Beamten. Denn E-Mails sind ganz einfach zu modern und beim Internet ist man sich nicht sicher, ob sich das wirklich langfristig durchsetzt. Und nur für den seltenen Fall, dass man doch mal etwas digital versendet, wird es selbstverständlich hinterher komplett ausgedruckt. Nur für den Fall, dass man es doch noch mal als Fax versenden will. 4. Beim Reißverschlussverfahren auf der Autobahn erst ganz zum Schluss und nicht schon anderthalb Kilometer vorher einzufädeln Oh, das macht mich jedes Mal wahnsinnig und wer kennt es nicht, wenn auf der Autobahn wegen einer Baustelle in zwei Kilometern aus zwei Spuren eine wird. Und damit man auch ja seinen Platz nicht verpasst, fädeln die Deutschen schon in der Regel 1,5 Kilometer vorher ein. Und das führt dann eben zu diesen berühmten ellenlangen Staus, die allen so richtig auf die Nerven gehen. 5. Sandalen ohne weiße Socken zu tragen Ja, ich rede von der Uniform des typischen deutschen Touristen überall auf der Welt. Egal wo man ist, man erkennt ihn sofort daran. Braune Socken vorne offen und dazu weiße Tennissocken schön nach oben bis fast unters Knie gezogen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Findet das wirklich irgendjemand, irgendeiner, der dieses Video schaut cool? Anyone? Anyone? Beulah? Anyone? Anyone? Falls ja, bitte Kommentar. Jetzt kommt mein Favorit Nummer 6. Sich beim Boarding im Flughafen entspannt Zeit zu lassen, anstatt schon 50 Minuten vorher zu drängeln und in der Schlange zu warten. Und es ist wirklich jedes einzelne Mal, wenn ich am Flughafen bin, exakt das gleiche Szenario. Die nette Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter von der Lufthansa oder von welcher Airline auch immer saugt durch. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten beginnt das Boarding für unseren Flug bla 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 nach München oder Frankfurt, wo auch immer es hingeht. Und sofort springen 50 bis 100 Menschen wie von der Tarantel gestochen auf und beginnen sich vor dem Check-In-Counter zu drängeln und Schlangen zu bilden. Nur um dann da noch mindestens 45 Minuten sich die Beine in den Bauch zu stehen. Was ist denn daran so schwer, es dann sich anzustellen, wenn das Boarding auch wirklich beginnt? Und witzigerweise, beim Aussteigen ist es exakt das gleiche. Kaum ist das Flugzeug am Boden, springen die Leute auf, fangen an ihr Handgepäck rauszuziehen, obwohl es bis zum Aussteigen in der Regel noch mindestens 20 bis 30 Minuten dauert. Don't do that! Nummero 7. Das TH im Englischen aussprechen. Tja, wir hörens immer wieder und ich weiß gar nicht, was daran so schwer ist. Weather, Brother, Netherlands. Nummero 8. Äh, 8. Sich auf die Kulturen anderer Länder einzulassen. Egal wo man isst, Schnitzel und Bratkartoffeln sind einfach Pflicht. Tja, und wie viele Menschen kennst du, die Urlaub in Thailand, Kenia, Brasilien machen und anstatt das wunderbare Essen dort zu genießen, mal in die Kultur einzutauchen, was machen die als allerallererstes? Gehen ins deutsche Haus, bestellen sich Schnitzel mit Bratkartoffeln und dazu ein gepflegtes deutsches Weißbier. Man will ja wissen, was man hat und dieser ausländischen Küche traut man sowieso nicht so richtig. Tja, und wenn das noch nicht schlimm genug wäre, sagt man nach spätestens drei Tagen, also das deutsche Schwarzbrot vermisse ich aber richtig. Nummero 9. Auf der Autobahn rechts fahren. Ja, es gibt tatsächlich eine rechte Spur, die für alle, die gedacht ist, die nicht so schnell fahren können oder wollen. Aber die Deutschen, egal was sie für ein Auto haben, ob sie den Wohnwagen fahren oder im Opel Corsa, die fahren lieber mit 100 oder 90 Stundenkilometern schön gemütlich auf der mittleren oder auf der linken Spur stundenlang, ohne auch nur einmal in den Rückspiegel zu schauen und zu bemerken, dass sie damit richtig, richtig den Verkehr aufhalten. Und last but not least Nummero 10. Ein sehr, sehr aktuelles Thema und zwar etwas, was Deutsche überhaupt nicht können. Den Mund-Nasenschutz korrekt zu tragen. Denn egal, ob du in der S-Bahn, in der Deutschen Bahn, im Flugzeug sitzt, wie tragen die Deutschen ihre Maske am allerliebsten? Entweder so, wie ich das gerade mache, überm Kinn, sehr gerne auch so, dass die Nase oben rausguckt. Oder manchmal auch einfach nur so. Dabei ist das gar nicht so schwer, denn es gibt tatsächlich ein kleines, verstecktes Hilfsmittel in diesen Masken, das die meisten Deutschen wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt haben. Denn hier oben, da, da ist so ein kleiner Draht drin. Und wenn man den so zusammenbiegt, ja, dann kann man die Maske, zack, über die Nase, kann man sie da festmachen und dann hält die auch komplett. Dann kann man damit reden, man kann gestikulieren und man kann sich bewegen. Und die bleibt auch so, die rutscht nicht runter und man muss die auch nicht anders tragen. Aber anscheinend können das Deutsche ganz einfach nicht. Und naja, wenn du jemanden kennst, der dir diese Maske auch immer falsch riecht, vielleicht teilst du dieses Video mit dem oder derjenigen und weist dir auf diesen Trick hier mit dem Bügel hin. Das ist ein wahres Wunder. Tja, das waren sie, die zehn Dinge, die Deutsche auf keinen Fall können. Natürlich wie immer mit einem Augenzwinkern präsentieren. Ich hoffe natürlich, dass du Spaß verstanden hast. Und möglicherweise hast du dich ja in dem einen oder anderen Beispiel wiedererkannt. Und vielleicht kennst du ja noch weitere. Dann schreib mir das unbedingt hier unten einmal in die Kommentare rein. Was sind so aus deiner Sicht die Dinge, die Deutsche auf keinen Fall können? Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es für dich ist. Und mir bleibt nur noch eins zu sagen. Ich freue mich, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Dein Ilja.